Ich habe keinen Widerstand geleistet. Ich habe keinen Widerstand geleistet. Es kann nicht sein, dass Sie meine Morde nicht sind. Es ist so lächerlich. Es ist einfach nur lächerlich. Es heißt so lächerlich. Haben Sie was zum Schreiben? Lächerlich. Wenn Sie Sie wären, dann wären Sie gefesselt von uns. Ganz einfach. Sie lassen mich jetzt bitte los. Ich habe nichts getan. Ich habe nichts getan. Verdammt. Das ist morgen im Fernsehen. Ich bitte Sie. Ich bitte Sie. Ich bitte Sie. Ich bitte Sie. Hören Sie auf Ihren Platz.